Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge VizeBeastLight und ich mache jetzt einfach weiter mit der Magie. Das Besondere, wie heißt es? Das, was bei mir ist, ist ich arbeite immer an zwei Dingen gleichzeitig oder mehreren, die man zusammen machen kann, weißt du? Jetzt research doch besser, man. So, Gunpowder fertig, research. Und dann das nächste mit Permutia. So, jetzt muss ich erstmal Kohle, also Holz sammeln für Kohle. Und ich kann mal ein paar Kühe füttern. Oh Gott, ich habe vergessen, dass... München. Das? Das München zu klein sind. Dieses Problem mit diesem Problem würde ich mich gleich entledigen. So, ich brauche jetzt erstmal wieder einen Stack. Wobei, ich mache jetzt einfach noch den Baum und dann haue ich das da rein, weil da hinten brauche ich unbedingt Energie. So. Äh, das ist doch scheiße. Ähm, muss ich nichts anderes machen. Nein! So, habe ich da oben ein Crafting-Table, ja. Ja, ich habe gerade auch eine gesamte Hühnerfahrt gekürtet. Warum? Ich bin hideous. Nein! Jetzt guck mal nochmal nach dem Saumometer. Brauchte der es? Ne, das braucht es nicht. Ich glaube, es ist echt taktisch versaut. Ähm, wie hieß das nochmal? Ähm, wie hieß das nochmal? E? E? N? Scha- Enchanted? Fabric. 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 Ah, da. Sag ich doch. Ex-paar. Das brauchte auch nicht, ähm. Dann brauche ich, wie hieß nochmal der Goldnugget? Fabric Transmutation. Danke. Ähm. Ex-paar. So, da brauche ich jetzt Metallum. Gut. Weißt du, wo dieser Kelch drauf ist? Also Karos? Gold. Äh, nur auf Gold? Nein, auch auf Music Discs. Äh, dann brauch ich Gold. Ich hoffe, ich hab Gold. Und wir mussten nicht alles verbrauchen. Oder eher gesagt Phil. Wir haben nur noch 5 Gold. Hast du Gold, falls das nicht ausreicht? Hm, ich hab 10 Stück. Das brauche ich ehrlich gesagt noch. Ach so. Scheiße. Hat nicht ausgereicht. Haben wir vielleicht irgendwo noch Gold, weil wir so viel Gold haben. Ich hatte doch voll viel Gold mitgebracht. Sulfur. Hier ist ja noch Gold. Oh, das klatsche ich sofort da rein. Boah, 200 GB noch reinläuft. So. Dann kann ich schon mal wieder da hinten hin sprinten und die Kohle abgeben. Alter, das Ding bleibt hier schon fast stehen. Ganz normale Solar Panels bringen ja kaum was, ne? Dann bleib ich mal kurz hier stehen, während das da alles rüber transportiert wird. Wobei, nein. Wie gesagt, ich warte jetzt noch zweifach. Alter, das wäre ja fast entkommen. Das heißt eigentlich, mit den kleinen Küppchen können die nicht schon kommen. Kann man eigentlich die Beschleunigung, also das Wachsen beschleunigen von Tieren? Ne, ne? Bestimmt irgendwie. Ich wette, dafür gibt es einen Mod. Einen Mod, ich meine jetzt den normalen Minecraft. Nö. Wie jetzt zum Beispiel, wenn man den Fress gibt, wäre das geil, wenn du kleinen Hühnern... Das wäre cool. Ist aber nicht so. Wäre ja auch ein bisschen logisch. Das Mikroot. ich guck mal kurz wie viele minuten noch die folge geht noch sechse das ist schön so jetzt haben wir hier noch ein bisschen gold hoffentlich funktioniert das jetzt weil sonst habe ich kein gold mehr ich denke ich bin dann hier auch gleich hast du dann keine lust mehr gleich ich gebe jetzt moment ein was mit mir dann nach den sechs minuten schluss das brauche ich hier ok so nach kognito brauche ich dann ich weiß nicht irgendwie ist hier kein einziger kognito ist irgendwie sorgen muss mehr oder weniger okay wenn man bedenken wir haben eigentlich bisher jede nacht geschlafen ich bin jetzt ich brauche silverwood da habe ich dann auch silverwood block so und jetzt brauche ich mal muss das sein was bei mir hat finde ich mal ganz viele buttons gemacht ich hoffe es wenn du willst jetzt können wir schlafen gehen gerne doch gut ich bin sofort dabei ich bin im bett so dann werde ich nur jede gleich paar gleich noch am ende der folge nochmal kurz zu meinem das ist noch mal so leeren ungefähr so das was ich brauche und dann weiß was ich mein so meter habe ich jetzt jetzt kommt ein schadet fabric dafür brauche ich diesen silver lock nochmal das ist perfekt so dann fabriko fabriko ist in crafting tables das heißt ich darf crafting tables erstellen das heißt ich brauche holz aber hier haben wir schon mal ein crafting table ich glaube ein baum dürfte reichen oder für magic für magic ach dingens tables crafting tables crafting tables sechs crafting tables dürfen reichen hoffe ich mal hoffe ich mal nein ich brauche keine was will was will der mir geben was will der mir geben taumium 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 das wollte ich unbedingt haben das ist dieser barren da ah ok expand metallum brauche ich wieder und per motion aber dann brauche ich wieder sieht's da haben wir noch sieht's so fährt mit hallo war nicht fertig so das war nicht aber das war nicht sehr gut auf der 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 da er So, die pflanze ich aber jetzt erstmal wieder ein. Aber erstmal brauche ich. Tin hat das. Ich brauche mehr Tin. Oder hat irgendwas anderes, was ich hier oben habe? Vielleicht dieses. Ich benutze aber keine Shards dafür. Sind Saphire selten? Gut, dann kann ich die dafür verwenden. So. Okay, da ist die Folge vorbei. Ich werde jetzt noch eben am Ende kurz runtergehen zu dem Ding. Ich glaube, ich halte das an. Oder? Was würdest du machen? Was meinst du? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie schnell die Kisten voll sind. Mach du, was du meinst. Ich beende jetzt die Aufnahme. Sag mal Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Zischen. So. Ich gehe jetzt eben hier hoch. Ich gucke jetzt einfach hier hin. So, meintest du mit Sofortüberweisung? Eigentlich. Wie Sofortüberweisung? Ich muss ehrlich das fragen. Wollte ich das fragen, wie eine Sparkussikart. Achso, machen wir gleich. Ja, ich bin ja noch in der Aufnahme. Alles klar. Ich habe gerade den ganzen Dirt hier raus. Ach, ich glaube, ich lasse das an und gucke nachher nochmal Offscreen. Hier nach. Offscreen war eigentlich verboten, oder? Wobei? Du musst aufgenommen werden, wenn du noch ein Zerp ist. Ja, aber ganz ehrlich. Ja, aber doch nicht, wenn ich nur kurz die Kisten leere, oder? Den Scheiß raus. Oder muss das auch aufgenommen werden? Eigentlich gehört das dazu. Okay. Ja, nur beim Pfingstern muss man das ja auch aufnehmen. Stimmt. Dann begrüße ich euch das nächste Mal zu einer Mini-Aufnahme. Nein, ich mache das Ding jetzt einfach aus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, wie lange habe ich jetzt hier aufgenommen, damit hier mit dir, wo das Ding am Laufen ist? Eine Stunde, oder zwei Stunden? David. wird wie lange haben wir jetzt aufgenommen eine stunde oder zwei stunden das heißt eigentlich könnte ich hier eigentlich das laufen lassen ich lass es nicht haben laufen okay so dann beende ich jetzt diese folge wir sehen uns das nächste mal bis dahin bleibt crazy